Hallihallo und herzlich Willkommen zum ersten Let's Play EVE Online. Mein Name ist Pete Smeet. Oh, 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 oh! Nein! Wo war das denn gerade? Dennis, dein nächstes Wort ist Nougat-Schnitte! Ja, Ireland! Ach scheiße, hab ich übersprochen! Nee, du hast auf deine Hose gekotzt und hast deine Hose dann gegen meine Wand geschmissen. Da sind die Hose gedrückt! Da sind die Hose gedrückt! Da sind die Hose gedrückt! Was willst du, wenn du mich voll verarschst? Das ist ja wohl ein Scherz! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Minecraft-Schnitte! Schöne mit dem Christian, dem Jonathan und dem Ramm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute haben wir eine halbe Stunde Zeit, jeder für sich, um acht Dinge zu erledigen. A. Loote eine Unterwassertruhe. B. Craftet ihr Lederschuhe. C. Sammle Zuckerrohr. D. Iss einen Apfel. E. Fange einen Fisch im Eimer. F. Trink aus einer Wasserflasche. Was war die fünf? Fange einen Fisch im Eimer. A. Töte eine Fledermaus und sammle fünf verschiedene Blumen. Das sind die acht Aufgaben. Was ich noch tatsächlich fragen muss, vielleicht wisst ihr es mittlerweile. Wenn ich den Fisch im Eimer gefangen habe, theoretisch, habe ich den Fisch dann im Inventar? Im Inventar heißt das dann Fisch im Eimer? Oder was ist das dann? Das habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung. Okay, wisst ihr auch nicht. Dann wäre es gut, wenn wir erstmal ein bisschen rumlaufen. Ich weiß nicht. Ich glaube, kriege ich einen Apfel? Kriege ich doch bestimmt nur von Laubbäumen, oder? Nicht von Nadelbäumen. Ich gucke mal, ob der sich abbaut und dann einen Apfel droppt, weil dann haben wir ja noch einen Apfel gegessen. Hier haben wir schon mal eine Blume. Okay, wir müssen Blumen sammeln. Wir müssen... Alter, was müssen wir denn noch alle machen? Wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich Holz. Äh... Kriegt man noch Äpfel? Alter, wir brennen den Wald nieder. Ich hole mir Flint. Aber da brauche ich Eisen. Ja, Eisen brauche ich sowieso für den Eimer. Jo. Das heißt, den Apfel machen wir am Ende. Wir brennen einfach. Ne? Äpfel fällt auch hier aus so Blättern raus. Und dafür werden wir einfach den ganzen Wald hier niederbrennen. Und dann kann das schön alles brennen, während wir andere Sachen machen. Okay, am besten wäre es eigentlich, wenn wir Sand finden würden, relativ am Anfang. Ich sehe schon mal zwei unterschiedliche Blumen, was auch schon mal sehr viel wert ist. Aber hier ist halt... Oh! Ah! Oh mein Gott, die haben Stacheln. Oh, warte mal. Aber da vorne ist was viel Wichtigeres, nämlich... Eisen. Da kann man nämlich direkt das Eisenzeug craften. Mal gucken, wie viel Eisen da ist. Im Zweifel haben wir dann nämlich direkt... Schon mal wieder geilen Scheiß. Fängt wieder gut an. Heute ist ein guter Minecraft Tag. Da ist ne Blume. Sollten wir schon mal mitnehmen. Was hat hier ne Blume? Äh, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das ist ne Frucht. Da ist Kohle. Kohle ist nice. Kohle können wir brauchen. Falls ich nämlich gleich wieder in der Dunkelheit irgendwo rumrennen sollte, kann ich ja... Zumindest jetzt ne Fackel nehmen. Gut, ne? Wie komm ich am schnellsten an Eisen? Auf jeden Fall nicht von hier oben buddeln. Also das ist taktisch schon mal nicht sehr klug. Vielleicht ist ja hier sogar irgendwo direkt ne Höhle, wo man Eisen sieht. Wir müssen sowieso in ne Höhle für die Fledermaus. Ähm, und den Fisch brauchen wir Wasser. Und am Wasser sollte auch Sand sein, den wir wiederum für das Glas brauchen. Das heißt, ein bisschen rumrennen ist eigentlich... Was? Ich höre jetzt... Was ist denn jetzt los? Ich höre Lava. What the fuck? Wieso krieg ich... Wieso krieg ich einfach random Schaden? Hä? Was war das? Sind das... Sind das die Juckbeeren die hier? Das ist ja... What? Das kenne ich ja gar nicht. Okay. Das ist ja nice. Was? What the shit? Als wenn man Damage von ein paar fucking Beeren kriegt, wenn man da durchläuft. Was ist das denn? Hahaha. Okay, nice. Bumm. Alter. Als wenn die Sachen weh tun. Das brauchen wir nur noch ein paar Bäume, die nicht so ewig hoch sind. Damit die dann einen Apfel fallen lassen können. Ich würde gerne, ähm... Deswegen an den Strand... Das ist die dritte Pflanze schon. Oder ist Wasser zumindest? Das ist schon viel wert. Wegen Sand. Damit wir daraus Glas machen können. Und Zuckerrohr. Weil der nur am Wasser wächst. Da sind sie meinten... Hhhhhhh. Alter, sammle Zuckerrohr. Erledigt. Hier ist Wasser. Und hier ist Sand. Ich brauche noch ein bisschen was zu essen. Brauchen wir noch ein bisschen was hier. Oh Gott. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. So. Am liebsten würde ich jetzt Diamanten suchen. Irgendwas bauen. Aber... Eier? Alter, kann man Eier eigentlich direkt essen? Ne, die kann man nur schmeißen, ne? Hup! Hup! Lucky Huhn! Da ist Sand. Nice! Sand brauchen wir für Glas. Hup! 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 So. Trinken aus einer Wasserflasche. Das haben wir schon mal geschafft. Hup! Das ist der Fledermaus! Hup! 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 Oh mein gott. Das ist ein super wichtige Point! Da haben wir schon mal ne Kuh. Okay dem Baby Kuh gibt nix. Dann haben wir schon mal zwei Leder. Magen wir auch noch das. Gucken wir da vorne hin. Wie es aussieht um mein Bäumechen. bäumchen und das abfallen der blätter dann dürften ja schon sachen auf dem boden liegen aber noch kein apfel ok dann haben wir den eimer gut wir müssen den eimer farmen das ist auch noch mal wichtig ansonsten haben wir alles ich farm einfach noch mal ein bisschen stein wir haben die fleda maus alter das ist super super wichtig das war aber schon mal hier den eimer dann kommen wir schon mal damit theoretisch farmen ja wie machen wir das denn mit der scheiß kuh also ich würde jetzt ein bisschen durch die gegend eiern auf der hoffnung irgendwie ein riss oder eine höhle oder so zu finden wo man Eisen findet um dann eine eimer zu machen fisch zu fangen äh was war denn der rest noch eine unterwassertruhe ja scheiß mal auf die unterwassertruhe also ich weiß nicht ob wir die hier irgendwo finden aber da ist die nächste fette höhle ist da jetzt ein oh komm schon so dann gucken wir vorne wie es aussieht mit dem apfel mit dem apfel da ist noch nichts draus geworden okay dann heißt wir gehen da vorne hin kühe kommen selten allein habe ich mal gehört schade da ist noch ein huhn scheiße scheiße so sammeln fünf verschiedene blumen ist natürlich auch noch ganz wichtiger aspekt hier wo wir mir gerade aufgefallen ist von den challenges her deswegen sollte man damit auch mal langsam anfangen okay jetzt brauche ich eisen Oh fuck, oh fuck, oh fuck Ich hab keine kohle natürlich Kohle ist da Kohle ist da Kohle ist da Oh hier unten ist sonst nichts Okay, 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 okay Da ist noch eine Kuh Jawohl, komm, lass Leder fallen Wunderbar Ach Gott ey, warum schließt das eigentlich jedes mal falsch rum hin So, zack, 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 zack Lederschuhe Check Noch eine neue Pflanze Haben wir noch nicht Was ist das denn? Füchse Alter, wie lange habe ich Minecraft nicht mehr gespielt, bitte? Wie komme ich hier raus aus dieser scheiß Gegend? So, Schweine nochmal farm Futter ist immer wichtig, damit ich genug habe Ich brauche Eisen oder Kühe oder Was war noch? Eine Fledermaus Zuckerrohr Habe ich Zuckerrohr übrigens immer schon gesehen? Oh Scheiße Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet Da! Nee Vielleicht sind wir hier viel zu hoch Oh Wenn wir gekillt werden, müssen wir einfach neu spawnen Aber auch hier nix außer fucking Kohle Zwei Aaaaaaah Okay, wir haben bisher an Pflanzen Eins, zwei, drei Ich würde sagen Das eine ist keine Pflanze Oh nein Jetzt habe ich den Schlitt abgebaut Das wollte ich gar nicht Oh fuck, 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 fuck Oh Scheiße Ja, Backe noch Salmon Okay, Fisch haben wir Fünf Blumen Die habe ich schon Die gelben habe ich noch nicht Okay Hier ist jetzt so ein Eisbiom Da könnte es Zuckerrohr geben Da vorne gibt es direkt Zuckerrohr Und damit habe ich welchen? Sugarcane Vielleicht kriege ich hier jetzt Zuckerrohr, nice Wasser Okay, wir farmen kurz hier Eine Schaufel Haben wir das auch schon gefarmt? Zuckerrohr Jo moin, was ist denn da los? Da könnte Eisen sein Oder mein Tod Da ist Eisen Ha! Nice Das heißt, wir kriegen den Eimer hin Sind auch vier Stück Aua, ah, fuck Jetzt fängt er noch an zu regnen Und er legt mich am Arsch Aber was für ein Kackbiom Um hier durchzukommen Verpiss dich Schweine Was ist denn hier? Ein Dorf! Hallo? Was ist das? Eine Hütte? Ein Dorf? Das wäre natürlich jetzt ganz schön nice Da ist ein Dorf Fett Vielleicht haben wir einen Apfel dabei Weil das heißt, ist ein Apfel Haben wir hier Haben wir nichts Aber ein Bett für mich Da ist gar keine Tür Da ist die Tür Da ist nichts drin, da ist nichts drin Äh, hier ist leider auch nichts drin Da ist auch nur so ein Ding drin Alter, was ist denn hier los? Wo sind denn eure Truhen? Da ist eine Truhe Rot Gut Schneebälle Okay Wollte aufgeschissen Da ist eine Sonnenblume Die snacken wir uns jetzt direkt Jawoll Sunflower Da ist eine weiße Blume Die kenne ich noch nicht New Recipe Jawoll Oxydaisy Und da ist noch eine Blume Die kenne ich nicht Jawoll Azur Bleue Da haben wir 5 Blumen Check Ja, lass mich in Ruhe Erstens habe ich Hunger Zweitens brauche ich einen Fisch Wieso ist hier Nein Hier ist Ink Nein Nein Die despawn doch wohl nicht nachts Da Fisch Fisch voraus Äh Wie geht denn das? Da Fisch in eine Flasche Äh, im Eimer Okay, sammle Zuckerroiris Einen Apfel Dafür brauchen wir aber andere Dinger Dann fahren wir jetzt kurz noch das Glasfläschchen Und den Eimer Den Eimer haben wir schon Das heißt, ich bräuchte am besten einen Fisch Aber hier sehe ich keinen Fisch Die Lederschuhe feilen uns noch Die Unterwassertruhe Klar, das ist viel Lack Wir müssen halt viel überleben Das wird halt glaube ich Richtig, richtig hart So, dann füllen wir jetzt das mal mit Wasser Trink aus einer Wasserflasche Haben wir ja auch fertig Nice Oh, hier sind ja voll viele Potatoes Aber das ist alles nichts, was ich gebrauen kann Scheiße Yo, what the fuck Jesus Christus Oh mein Gott Vierte Blume Was sind die denn hier? Pferde! Fünfte Blume Fünfte Blume Hammer Du musst irgendwo so einen Fisch spawnen Da ist noch Da sind zwei verschiedene Pflanzen Blau und Weiß Warte, das ist gut Jetzt haben wir da schon mal verschiedene Was sind die Fische, man? Fünf verschiedene Pflanzen Check Eins, zwei, drei, vier, fünf Nice So, ein Eisen kriegen wir am besten wahrscheinlich Wenn wir einfach hier reinlaufen Und ein richtig harter Ablackerer sind Moment Kannst du mich mal kurz in Ruhe lassen Da ist ein Dorf Keine Ahnung, bringt uns ein Dorf was? Ein Fisch! Ja! Bucket of Salmon Salmon, whatever Haben wir auch, nice Die Wassertruhe fehlt mir, die Lederschuhe fehlt mir Den Apfel, der fehlt mir noch Dafür brauchen wir andere Bäume Die da zum Beispiel vorne Wasserflasche haben wir Wasserflasche haben wir Fisch haben wir Filetermaus haben wir Hä Leute, mir fehlt Fast nichts mehr Da ist Zuckerrohr Haben wir Sugarcane Ja, brenn du doch hier noch weiter Dann komme ich später nochmal wieder Denn Äh Was brauche ich denn eigentlich noch? Ja, die scheiß unter Wassertruhe, ey Achso, warte mal Ist hier, äh Sieht man wahrscheinlich eher schlecht, ne? Flint So Hier, mal gucken Ja, hier ist nix Hier ist nix Hier ist nix Hier ist nix Okay, also müssen wir Eine Fledermaus Jawohl Töte eine Fledermaus Sind hier Fledermäuse? Oder kommen die erst ab einer gewissen Tiefe vor? Hühner? Alter, hier wieder hoch zu kommen wird Absolut pain in the ass Und hier ist nix Dann halt sofort Apfel-Time Und Lederschuhe-Time Müssen wir uns noch ein bisschen bewegen Und suchen währenddessen eine Höhle Also ganz ehrlich, unter Wassertruhe wird tricky Dich stellen wir kurz hier hin Wir nehmen zwei davon Einen davon Steinschaufel Töten dich, weil du nicht im Sack bist Da ist Sand Da ist Sand drunter Machen wir eine Glasbottel Und haben aus einer Glasbottel getrunken Was sind das denn für Viecher? Okay, das ist 10 von 10 jetzt hier gerade Rüstung Take it Aber da steht drin Crafte dir Lederschuhe Das heißt, ich darf die nicht finden Aber ich könnte die Nacht verkürzen, indem ich einfach pennen gehe Weil Scheiß auf Nacht Da Oh, bitte wirf jetzt auch Leder ab, weil ich glaube für Lederschuhe brauchst du vier Leder Ja, ne? Give Leder Give Leder Oder rennst du deinen Artgenossen Uh, du gibst sogar zwei Leder Aber damit weiß ich zumindest wieder Hier in der Eiswelt, kann es auch Kühe geben Okay, hier ist ja auch eine Freie Fläche Ah, fuck off Da sind alle Tiere Fuck off! Okay, jeder eins. Das ist scheiße. Ich brauch mehr Kühe. Der Affe dabei gewesen. Kein Apfel dabei gewesen. Okay, 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 okay. Komm, hier auf der weiten Wiese, ey. Da müssen doch noch zwei Kühe. Wieviel brauch ich für Handschuhe überhaupt? Brauch ich vier? Vier sind Schuhe. Scheiße. Wieviel brauch ich für Handschuhe? Guck mal, ob wir irgendwo hier einen Apfel droppen. Ich fahre mir jetzt hier einfach erstmal den Arsch ab. Ah, okay, die sind mir zu groß. Ah, weg. Da ist ein Apfel! Okay, damit fangen wir einen Fisch in den Eimer. Da ist ein Eimer. Fehlt ein Fisch. So. Du abbauen. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir. Wunderbar. Suchen wir nach einem Fisch. Irgendwo. Das ist ein Skelett, Alter. Wird für eins. Unter Wassertruhe kriege ich, glaube ich, eher, ähm... Droppst du auch Leder im Zweifel? Ein kleines... Vieh? Nö. Nö. Hey, warum droppen die kein Leder verfickte Scheiße? Ich hab halt keine Ahnung, wo können Unterwassertruhen droppen? Ich hätte gesagt, in einem Unterwassertempel, oder? Loll, da ist so eine Riesenbiene. Wir müssen da einfach Irgendwie n' einen Ozean-Biom finden. Mö wo seid ihr? Mö möow. Da. Hä, die... Die Schritte waren noch gerade mega laut von der Scheißkuh. es waren zwei! Das изменe sie eigentlich als wäre die rechts von mir. Die eine war ein bisschen weiter weg, aber die Schritte waren noch mega nah. Da! Haben wir? Haben wir Yes, wir haben Lederschuhe Essen kurz den Apfel, weil das ist die Aufgabe Ist ein Apfel, haben wir jetzt auch abgecheckt Nice Eine Unterwassertruhe, ich weiß nicht, was eine Unterwassertruhe ist Keine Ahnung, ob es die im Unterwassertempel gibt Oder ob die in einem versunkenen Schiff Gibt die Unterwasser, also ich habe keine Ahnung Aber wir müssen, müssen wir erstmal Denk ich mal so was finden, was halt Dem entspricht Das heißt, wir brauchen einen Ozean Was ist denn ein Apfel? Das ist das gleiche Holz hier Da Von sowas kriegen wir doch bestimmt einen Apfel So, jetzt haben wir hier Ich meine nämlich, die hier geben Äpfel So, okay, das ist krass So, da ist ein Fisch Jawohl Das kann halt nicht auch sein Das ist halt gerade echt ein bisschen anlackiert Dass ich hier keine Blöden Dingens finde Oh, geht das jetzt nicht Schneller Dass ich hier keine blöden Rinder finde, die mal Leder droppen Und wir brauchen vier Leder Aber wir sind auch Leider, wir finden leider keine Ebene Mal, wo, wo Rinder meinetwegen Spawnen Oder Nur diese Nadelwald-Biome hier Dschungel, keine Ahnung Wo wir im Dschungel Rinder spawnen Wenn der mal da wäre Esel Alter, was ich hier alles finde Meinst du, ich finde Fucking Kühe Oder was Ich glaube, das ist nicht das gleiche Dorf Das ist ein anderes Dorf Hilfe Wo sind alle? Sehr gut So, hier rin Da ist ein Apfel Ich kann auch keinen Apfel essen Okay Egal Nehmen wir mit Blute Eine Unterwassertruhe Möööö Ozean Wir laufen dem Ozean einfach entlang Alter So, hier Ebene Come on Irgendwo Ja Rinder Ganz viele Rinder Naja Wir stoppen mal die Zeit Und gucken mal, ob die ja zählen lassen Fünf Minuten zwölf hätte ich dann noch Und ansonsten nutzen wir die restliche Zeit jetzt sofort Wofür brauche ich die eigentlich? Scheiß da voll drauf Erstmal essen wir den Apfel Haben wir gemacht, ist ein Apfel Und damit fehlt dann nur noch Ne Unterwassertruhe So, und entweder habe ich noch fünf Minuten zwölf übrig gehabt Oder Wir rennen jetzt so lange, bis wir eine Truhe finden, die unter Wasser ist Indem wir bis zu einem Meer kommen Um uns da dann ein kurzes Boot zu bauen Und von da aus dann Ähm Ja Weiterzuziehen Was ist eigentlich eine Unterwassertruhe? Kann ich nicht einfach eine Truhe bauen Die hier unter Wasser setzen? Habe ich eine Unterwassertruhe? Also dafür muss man doch so ein Unterwassertempel finden, oder? Das ist doch super unwahrscheinlich Oder kann die einfach hier Under the Sea sein? Es gibt Delfine? Zack, zack, zack Füße gecraftet Okay, wir fehlen jetzt nur noch die Unterwassertruhe Die wir looten müssen Dann farmen wir So, pass auf Also loot eine Wassertruhe Fehlt uns Crafte die Lederschuhe Haben wir Sammle Zuckerrohr Haben wir Ist ein Apfel Haben wir Fange einen Fisch im Eimer Haben wir Trinken aus einer Wassertruhe Haben wir Töter eine Fledermaus Haben wir Und sammle fünf verschiedene Blumen Haben wir alles Das heißt Da hinten ist ein Bett Perfekt Wir müssen nur noch Diese Unterwassertruhe finden Keine Ahnung Wo ich die finde Guck mal Jetzt da hinten Kommt natürlich direkt wieder Scheiße aus dem Berg Die Lava Einfach gelaufen Wenn man sie mal braucht Also gucken wir mal Ja, sonst rennen wir halt noch Und ich gehe nicht davon aus Dass ich in den letzten drei Minuten Es schaffen werde Die Unterwassertruhe Zu machen Ich mach kurz ein Bettchen holen Dann gucken wir mal Was eine Unterwassertruhe Wo die ist Toll Loll Alter 5000 Äpfel Okay Respawn Respawn Point Set Alles klar Läder Schuhe Es gibt gar keine Handschuhe Okay, ich brauch vier Oh, ich bin so dumm Okay, Schuhe Lederschuhe Muss ich mir machen Kein Thema Kein Thema Das heißt Ich brauch noch zwei weitere Dafür können wir gleich Dann bestimmt auch essen Okay Ich muss noch Zwei Kühe finden Und eine Höhle Eine Höhle Eine Höhle Die tief reingeht Okay, 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 okay Ähm Höhle Und Rinder Alter Schafe habt ihr hier wie Sand am Meer, ne Aber keine einzige Kuh Schafe Schweine Was hast du denn gerade gekillt Hier Die halb Eine Kuh Kühe Bin eingesperrt Jetzt kommt der Dickmove Oh, da war das Tor sogar Okay, 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 okay Kein Thema Kein Thema Super Leder Schuhe Bam Hammer Wir sind ja auf dem Ozean Das heißt, wir suchen jetzt hier einfach Diese Unterwasserruine Ist das da hinten was? Sind das Korallen oder was ist das? Äh, Korallenriff? Ich glaube schon Crazy Wieso geht mein Essen nicht runter? Motherfucker Alter, wie viele Blumen wir schon gefunden haben Alter, was ist das denn hier für ein Biom? What the fuck? Alter, Minecraft ist so anders Oh, ich glaube, ich mache mir ein Boot Wie macht man nochmal ein Boot? Okay, links oder rechts rum? Verliere ich jetzt Essen eigentlich hierbei? Hier geht es gar nicht rum, ne? Nein, hier geht es gar nicht rum Ich hoffe, ich verliere es denn jetzt hierbei Okay Müssen wir anders auf die Suche Oh shit, Alter Ich muss jetzt mal so langsam Essen verlieren Sonst wird das nix Ich will mich hier einfach nach unten bauen Um eine fucking Höhle zu finden In denen fucking Fledermäusen leben Vielleicht wäre das aber die smarteste Idee Aber ich sprinte und springe hier gerade Damit endlich mein Essen runter geht Damit ich einen fucking Apfel essen kann Ey, das gibt's doch nicht So, während das hier brennt Können wir uns dann vielleicht ein bisschen Aua, Aua Bisschen Bisschen um die Blumen kümmern Oh, holy shit Das fängt aber ganz schön an zu flammen Ich weiß halt nicht, ob man aus diesen Bäumen hier überhaupt Äpfel kriegt Dürfte mal Hey, warte mal Wir können ja Rezepte nachgucken, oder? Das heißt, das darf ich auch nachgucken Eichen und Schwarz-Eichenlaub Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd für den Wald Das heißt, den habe ich komplett umsonst abgebrannt Und wir rennen einfach jetzt Bis wir halt Wasser finden Komm schon, weiter, weiter Da ist so ein Boot Und da gibt's auch die Truhen unter Wasser, glaube ich Die ist denn Das ist nicht unter Wasser hier Was soll der Scheiß? Was ist das denn? Egal, ich gucke einfach mal, ob man die looten kann Vielleicht zählt das auch für die Nach Definition Ist das hier eine fette Glutete Truhe jetzt Ich weiß es nicht Ansonsten fahre ich jetzt noch weiter Ist ja auch kein Problem Ich habe zumindest was gelutet Das kann man ja noch nachher diskutieren Kann ich Ich kann den Apfel nicht essen Ich kann den Apfel nicht essen Wie lange habe ich noch? Dreieinhalb Minuten Alter, seit fünf Minuten sinkt das nicht Ich könnte so hart abkotzen Ich höre eine Fledermaus Ich habe eine gehört Ich kann den Apfel essen Jawohl, nice Fledermaus und Unterwassertruhe nur noch Ich habe eine Fledermaus gehört Wäre hier noch ein anderer Weg? Ja Ich habe dich gehört Du bist keine Fledermaus Motherfucker Ich höre die Fledermäuse Ich höre auch Zombies Irgendwo ist hier was Ist hinter mir Da Okay Okay Okay, wo sind die Fledermäuse? Oh nein Oh nein Okay Cool, 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 cool Cool, cool, cool Ja, hier beschießt euch Die Frage ist, wo sind die Fledermäuse? Canyon 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 Ja, das sieht schlecht aus Dass ich noch bis zu Wasser kommen werde Wo ich mir vorstellen könnte Dass man da eine Unterwassertruhe fahren kann Dann warte Ende Du siehst irgendwie nicht normal aus Oh Es ist wirklich hier Unterwassertruhe Ich habe sie gefarmt Ich habe keine Ahnung Aber jetzt habe ich Aber jetzt habe ich Also die ist safe Unterwassertruhe Nice Was ist jetzt los? Ich bin vergiftet Warum bin ich hier jetzt vergiftet worden? Was ist hier? Okay, Zeit ist rum Kann man Delfine reiten? Hallo Wie exciting Da hinten ist Die Bäume sehen heller aus Vielleicht geht das hier Ja, aber mal ganz ehrlich Fünf Blumen Also ich habe nur Rot und Gelb gesehen bisher Zwischendurch habe ich mal Blau erahnt Aber No Die Zeit ist abgelaufen Wie kacke Aber das war nicht gut Da habe ich mich sehr ablenken lassen Ich höre sie Motherfucker Da Ja Du auch Okay Ich habe noch eine Minute Das wird jetzt ziemlich schwierig Ich bin da unter Wassertruhe Aber wir haben alles bis auf eins geschafft Das war gut Weg das Schaf Alter Alter Vater Ey Lecko mio Ja wunderbar Alright Bram, fang mal an Loll Eiland Was ist das denn? Ist das eine Biene? Ja, von unten an Sammel fünf unterschiedliche Blumen Easy Snack Hab ich War einfach Also ich habe halt nur rote und gelbe Blumen gesehen Dann hast du nur zwei Ich habe keine Ahnung gesehen leider Also diese Hagebutten habe ich jetzt mal nicht als Blumen gezählt, oder? Nee Ich habe alles nur als Blumen gezählt, wo du Farbstoffrezept für kriegst Keine Ahnung Also das ist ja offensichtlich, wenn du da irgendwelche Sträucherfarmst oder sowas, wo dann Beeren rauskommen, ist das ja keine Blume Sondern Beeren Ich habe Bienen von Ja, nein Nee, habe ich nicht Also Blümchen, Blüten Was der alter Christ Ja Gut, dann töte eine Fledermaus Ja Easy Sind Fledermaus nicht die random Dinger, die einfach in so einer Hülle So als Atmosphären Dinger rumfliegen Ja, genau Die kann man töten? Ja Kann man töten Ich dachte, die wären halt nur Optik Nee Nee Kannst du töten Die droppen, glaube ich, nix Bei mir hat die eine zumindest getötet, hat nix gedoppt Trink aus einer Wasserflasche Easy snack Upp, fang einen Fisch im Eimer Easy snack Das sieht ziemlich geil aus, muss ich sagen, wenn man den in der Hand hält und dann rechts der Fisch die ganze Zeit rausguckt Das habe ich gar nicht getestet Ich finde den mega unsinnig Damit kannst du nix machen, oder? Nee, doch, du kannst den wieder hinlegen Deinen eigenen Teich packen Wow Geil Ich finde das cool Bleibt der dann da lebendig? Also bleibt der dann da für immer? Ja, ich hoffe doch mal Weil dann kannst du dir halt deinen eigenen schönen Teich machen in deinen Base, oder wo auch immer Ja Ja, dann ist ein Apfel Oder ein Aquarium Easy snack, das habe ich nicht geschafft Habe ich auch Sammelzuckerrohr, habe ich auch Easy snack Das habe ich auch Crofte die Lederschuhe, habe ich auch Das war gar nicht so einfach, aber easy snack Die Kür haben mich so sehr verarscht die ganze Zeit, unfassbar Und, das letzte ist Luthain Unterwassertruhe Das ist das einzige, was ich nicht habe Ja, das ist jetzt die Frage Also entweder habe ich 5 Minuten 12 auf der Uhr Oder ich habe es nicht geschafft Aber ich habe, wenn du nach unten getaucht Habe mir eine Truhe dahin gesetzt und habe die gelootet Ja, nee, das habe ich auch schon gesagt Nee, 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 nee Du musst, also ich habe entweder Also ihr könnt euch aussuchen Oder, keine Ahnung Die Regelkundler, die vielleicht in den Kommentaren zusehen Aber ich habe das Ding einmal In einem versunkenen Schiff Was nicht versunken war, sondern in der Luftflug Warum auch immer gelootet Und ich habe in einer Ruine Unterwasser eine Truhe gelootet Da war so eine verzauberte Angel drin und so ein Zeug Ja, dann ist das dann Unterwasser Also, ich weiß nicht, was Unterwassertruhe ist Ich finde die Idee ganz clever, ehrlich gesagt Ich weiß nicht, was davon okay ist Ich habe beide Sachen davon gelootet Ja, eins ist auf jeden Fall in Ordnung Mindestens Also, wenn nicht sogar beides Ja, nice, ey Dann habe ich das letzte nicht geschafft, weil ich kein Ozean gefunden habe Oder kein Unterwasserschiff Also, ich würde sagen, wenn hier war echt nicht ergiebig Warte mal, wie viel habe ich denn War die Tour im Wasser? Ist die Frage noch Die war unter Wasser Also, die im Schiff war nicht und im Wasser Die andere war im Wasser Unterwasser Aber ich musste auch Delfine gucken und Bienen und all so ein Kram Ich habe halt nur die Hälfte Dieses Boot flog halt in der Luft Also, wirklich, es flog in der Luft Es war nirgendwo den Boden zu erreichen Wer hat denn jetzt wie viel wann gekriegt? Alle acht habe ich Ich habe dann sieben Du hast alle acht Dann hast du gewonnen Ja Ich habe alle sieben Du hast die Hälfte Dann geht's Damit steht die Reihenfolge fest Juhu Damit gewinnt Jonathan Die heutige Minecraft Challenge Und Beim nächsten Mal sieht das immer wieder anders aus Denn haben wir einen neuen Seed Vielen Dank fürs Zuschauen Und Einen wunderschönen Tag noch Tschüss Tschüss Tschüss